Herzlich willkommen zu TV of the Lost aus dem Dunkeln und Belgien, aus dem dunklen Belgien, wo der Strom ausfällt manchmal, anscheinend. Aber es gibt ja Notfalllampen, wir haben uns... Ah, guck mal, so schnell geht das. Ich könnte jetzt lügen und sagen, ich saß hier 5 Stunden im Dunkeln, das stimmt nicht, es war nur 10 Minuten. Viel Spaß bei dieser Episode aus ITRE in Belgien. I'm a crack in the mirror, I'm everything you despise. I'm considered a failure, and it's race to a world full of lies. We're the way to go. Mit einer neuen Seite, L.A., what a night. Das kann man erwarten. Nein. Hey, hey. One, two, two, two. Das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich beim Soundcheck auf Kühe gucke. Also wichtige Kühe. Also Tiere. Vor den Schweinen. Vanille vor dem Schwein draußen. Schoko vor dem Schwein, vor dem Schwein. Also es ist superschön. So, ich habe noch nie beim Soundcheck einer Kuh ins Arschloch geguckt. Heute ist das erste Mal. Sie heißt Pee und riecht lustig. Was? Machst du immer Soundcheck auf dem Land und guckst, ob er kühlt ins Arschloch. Oh, jetzt kommt noch Krähen dazu. Ich weiß mal, Kühe und Krähen. Das wird der Titel meines letzten Solo-Albums. Kühe und Krähen. No one can break your own truth. You'll stand forever. No one tells you what you do. You're absolute attitude. You're absolute attitude. All my thoughts are fulfilled. My words are the ones you deny. I'm the one to be distant. You're the one with the meat you define. I'm, 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 you're all my existence. I'm the one to resist and defy with the way to go. Wusstest du, dass Kühe, wenn man sie ins Wasser schubst, rektal ertrinken? Mhm. Ich dachte, das war nicht scharf. Ist das auch eine Urban Legend? Achso. Ich weiß es nicht. Wenn wir einen sehr, sehr schwachen, einen sehr schwachen Sphinx da haben und quasi direkt halt volllaufen und untergehen. Ja. Aber die Tatsache, dass es diese Urban Legends gibt, heißt ja, dass es irgendjemand mal gemacht hat. Ist das eine Ente da unten? Oder Gänse oder so? Nein. Oder Fasan? Nee. Das sind Gänse. Gänse, ne? Wild Gänse. Die zwei da. Die sind aber ganz schön camouflage. Ich habe die nicht gesehen. Ja, stimmt. Ich habe sie nicht beim Camouflage-Training gesehen. Oh, danke. Hallo. 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 Du möchtest? Ja, ja. Ah. Ah! Ah! Nein, guckh! Ah! 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 Ah,II! Na, das heißt. Ja,! Ja, das ist halt wieder ein bisschen schwieriger, ne, mit der Spiegelsituation. Ist nicht gut, dass sich irgendwann mal einer überlegt hat, um da einen Spiegel reinzubauen. Guck mal, da bist du. Ne, ich meine den Zuschauer, der sich jetzt gerade selber sieht. Wenn ich richtig krank bin, bin ich krank, ich sag, das, äh, sag ich. Jetzt müssen wir uns aber noch verraten, welchen die Elektroder gerade versuchst nachzumachen. Ich muss nachmachen? Achso, du findest einen neuen. Ja, das war Pisch. Pischen. Pischen. Pischen, ja. Nachmachen. Nice. 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 No, I'm, can I have my vocal mic? I want to check it. Yeah. Ami des Technicians, wir sind immer versiert, dass wir unsere Materialien über die Fotos machen können. No one will ever break up All of the pain you've been through We stay on forever, stay strong in all that you do Crush Loot A-R-K-A-B-E-L A-R-K-A-B-E-L Axl auch mit A-X-E-L Axl-Ark-A-B-E-L Ey, erklär nochmal ein bisschen Axl-Ark-A-B-E-L Äh, das ist ein, ähm, äh Also, in ähm Ketzepfaue Diese Vögel Also, dann haben wir's noch Das ist doch geil, Ketzepfau Jetzt versteh ich's Axl-Ark-A-B-E-L Das wird mein neues Produzenten-Lieb Pseudonym, bitte einblenden, Lennart. Axel R-Cable, geschrieben wie Axel, A-R-K-A-B-E-L, Axel R-Cable. They already just said, we have no Axel R-Cable left, I'm here.